Ladies and Gentlemen, aufgepasst! Hier steht die S-Bahn, in die wir gleich einsteigen werden, denn es geht zu einem neuen Projekt im Raum Frankfurt. Falls ihr aus der Region kommt und bei diesem Projekt mitmachen möchtet, möchte ich euch heute herzlich hier einladen in diesem kleinen Video. Letztes Jahr haben wir mit dem Deutschen Architekturmuseum zusammen ein Projekt namens Frankfurt 2099 veranstaltet. Bestimmt hat der ein oder andere von euch davon Wind bekommen und auch bereits da mitgemacht bei diesem Projekt. Und dieses Projekt soll nun weitergehen. Diesmal allerdings nicht auf dem Server, sondern diesmal mit einer Map, die man downloaden kann. Auf der Webseite www.dam-online.de-wohnregion findet ihr safe, ansonsten steht es in der Videobeschreibung. Seht ihr hier Workshops mit The Geocraft. Die Workshops sind aktuell schon fast alle vorbei, aber es gibt noch einen kleinen Wettbewerb, den wir uns überlegt haben, wo auch die Leute, die jetzt keine Zeit hatten beim Workshop dabei zu sein, mitmachen können. Jeder von euch, auch wenn ihr nicht aus Frankfurt kommt. Es geht nämlich dabei, dass es im Raum Frankfurt unterschiedliche Städte gibt. Der sogenannte Frankfurter Burgen, alle Städte ganz gut mit der S-Bahn auch erreichbar. Und wir haben Kronberg, Hanau, Rüsselsheim, Kelsterbach, Steinbach, Oberursel, Braunheim und Zwingenberg als Städte dabei. Und wir haben diese Welt vorbereitet, die gibt es für Java, den Computer und für die Badrock-Version am Tablet und am Handy. Und ihr habt die Möglichkeit, dann zu unterschiedlichen Orten zu reisen. Zum Beispiel Oberursel, da waren wir schon mal. Da habe ich auch ein Projekt gemacht. Da kann man sich ein Ticket kaufen, geht hier rein und fährt mit der S-Bahn. Das ist echt süß gemacht. Vielen, vielen Dank auch an das Bilderteam, die mitgeholfen haben, das alles vorzubereiten nach Oberursel. Und hier in Oberursel gibt es zum Beispiel einen Bereich, die Oberurseler Bleiche nennt sich das hier. Das ist ein Platz, der neu gestaltet werden soll. Und das Besondere ist bei diesem Projekt, dass es diese Szenarien gibt. Für jede Stadt gibt es ein eigenes Szenario. Und wenn ihr auf diese Webseite gebt, dann findet ihr hier die sogenannten Spielregeln. Das ist ein großer Flyer, der sieht so aus. Und hier findet ihr Informationen zu den ganzen Missionen. Zum Beispiel Zwingenberg, zum Beispiel Frankfurt, zum Beispiel Hanau, zum Beispiel Steinbach, Rüsselsheim oder in diesem Fall Oberursel. Da seht ihr zum Beispiel auch hier, Oberursel liegt neben Steinbach und grenzt um die Stadt Frankfurt-Main an. Oberursel hat ja eine historische Altstadt, einen belieben Wohnort, die Stadt der Figuren. Es geht darum, dass dieser Platz, diese Bleiche neu gestaltet werden soll. Und wir haben in jeder Stadt oder an jedem Ort, der jetzt hier in diesem Projekt mit drin ist, irgendein Problem. Ein Problem, was gelöst werden soll. Und die Besonderheit ist, wir wollen dieses Problem an die Öffentlichkeit geben mit Minecraft. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, eine Lösung für das Problem zu finden und diese Lösung in Minecraft zu bauen. Wenn ihr das gebaut habt, könnt ihr nämlich dann in einem kleinen Wettbewerb teilnehmen. Alles, was ihr dazu machen müsst, sind Screenshots von dem, was ihr gebaut habt. Und diese Screenshots anschließend hier hochzuladen. So, ihr seht, auch hier über die Webseite könnt ihr auf diesen Knopf hier drücken, hier hochladen. Dann kommt ihr auf dieses Portal, könnt dann einmal diese Sachen hier eintragen, den Screenshot hochladen. Und mit ein bisschen Glück gewinnt ihr auch etwas. Aber egal, ob ihr jetzt gewinnt oder nicht gewinnt, alle Ideen, die ihr hier hochladet, werden weitergegeben. Und zwar an die Stadt. So, und ihr habt die Möglichkeit, falls ihr aus einem dieser Orte kommt, wir fahren mal mit der Bahn währenddessen wieder zurück. Alles, was wir machen müssen, ist reinzugehen. So, falls ihr zu einem dieser Orte gehört, Kronenberg, Hanau, Rüsselsheim, Kälsterbach, Steinbach, Oberussel, Brauner, Zwimberg oder ihr kennt Leute, die da wohnen, macht gerne daran teil. Also nehmt an diesem Programm teil. Jeder Ort hat ein eigenes Problem, eine eigene zentrale Frage, die gestellt wird und die mit Minecraft beantwortet werden soll. Und die Stadt möchte gerne eure Wünsche mit respektieren. Also Stadt wird ja weiterentwickelt und dabei ist es natürlich auch interessant, mal an die Jugend, Jugendlichen, an die Kinder zu denken oder vielleicht auch die Erwachsene, die Minecraft spielen. Also wir Zockerinnen und Zocker, wir Gamerinnen und Gamer, wir haben die Möglichkeit, mit Minecraft hier das echte Leben zu beeinflussen. Also wenn es euch interessiert, möchte ich euch da diesen Aufruf machen, gerne mal vorbeizugucken, euch das Ganze mal in Ruhe anzuschauen. Lest euch das mal in Ruhe durch. Ihr könnt an dem Wettbewerb daran teilnehmen. Ihr habt vielleicht die Möglichkeit, auch sogar einen kleinen Preis zu gewinnen und alles, was ihr halt einreicht, wird auf jeden Fall gewürdigt und wird auch an die Städte weitergegeben. Ich bin sehr, sehr gespannt, auf was das so passiert. Das ist eure Chance mit Minecraft, einem Computer, Spiel, das echte Leben ein bisschen zu beeinflussen und zu verändern. Nun ist es Zeit, an die Klötze zu gehen, an die Blöcke zu gehen, wollen wir uns da richtig sagen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis bald und ciao, Leute! Bis zum nächsten Mal, wir sind alle da! Bis zum nächsten Mal, wir sind alle da! Bis zum nächsten Mal, wir sind alle da!